Da haben wir einen Horstie. Ne? Merkt schon heute, dass Samstag ist. Das ist ein einiges ruhiger mit Tierheim. So haben wir die Gelegenheit nochmal genutzt. Wir haben uns hier den Herren nochmal angeschnallt. Und sind hier ein Rundchen unterwegs. Wir wussten ja schon, dass er ganz gut an der Leine läuft. Aber ich bin echt beeindruckt, dass er das echt so super macht. Ja. Und was soll ich sagen? Total entspannt, total unaufgeregt. Auch als wir auch durchs Tierheim sind. Das Anziehen. Alles ohne große Hektik. Das hat er echt schön gemacht. Eine Straße, Autos. Die waren ihm sehr egal. Dann ist uns noch die Sabine mit der Katrin entgegengekommen. Die fand er zwar interessant, aber auch nicht so wichtig. Und wir haben Zeit. Und man kann es genießen. Eigentlich hat er auch immer so den Menschen im Blick. Ne? Jawoll. Siehst du ja. Wie auf Kommando. Auf Kommando. Bisschen toll an, ne? Dann hoffen wir doch. Ja. Dass das tolle Kerlchen jetzt doch mal sein Zuhause findet. Ja. Nun. Gehen wir zurück. Es gibt Mittag. Und das lassen wir uns nicht entgehen, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.